Der erste Kampf ist ab, da wird es auf jeden Fall hoch hergehen. Die beiden kennen sich im Boxen ganz gut aus. Lasst los! Die ersten 30 Sekunden, 60 Sekunden von den Schachrunden. Bis jetzt haben sie aber angesichts der Qualität der beiden im Boxen nicht so wahrscheinlich. Wenn ich in Boxen bin, habe ich einen alten Freund in einem Bar in Amsterdam gesehen. Ich habe ihn mit ihm gesagt, ich bin fit, habe ich in Boxen angefangen. Und er hat mich auch gesagt. Und dann habe ich mich auch gesagt, dass wir in Chess spielen und dann habe ich den Film gemacht. Ich habe gesagt, wir werden uns kämpfen, wir werden uns auf jeden Fall machen. Das ist das Schwere dieser zwei Sportarten, die wir übereinstimmen. Beim Boxen handeln nach Instinkt und beim Schach nur bedingt. Man sollte sich einfach die 2-3 Sekunden nebenbei. Woo!